Wir spielen jetzt nämlich eBay Kleinanzeigen-Karaoke. Meine Technik, hier, guck mal. Warte, ist dir da aus der Hose gefallen? Strom ist gerade unterfallen. Wieso, wir wissen mit Strom noch betrieben, oder was? Ja, hier ist Strom. Ah, alles klar. Okay, dann hängen wir einfach da dran. Komm, mach einfach weiter. So, jetzt geht, jetzt geht hier das, damit man merkt, dass das Spiel losgeht. Das machen wir jetzt. Hier. Ich hab kurz vergessen, wie das noch heißt. Bumper, sagt man in der Fernsehsprache. So, in dieser Runde geht es um einen Ford Mustang GT. Preis 32 Euro. Es sind echte Dialoge von eBay Kleinanzeigen. Und so, 32.000 Euro kostet dieses Ding hier. Ohohoho, brutales Teil, Bruder. Kann ich mal eine Probefahrt machen? Ähm, ja. Ja, also klar, ist möglich. Also zwischen 12 und 15 Uhr, wäre gut. Super, dann 12, ich bringe es dann Sonntagabend zurück. Also, wir können gerne eine kurze Fahrt machen, aber ich leihe es Ihnen ja nicht aus. Bruder, mach kein Auge, ich muss wissen, wer es fährt, ja? Oder wie es fährt, kannst du sagen, wie du willst, ja? Bitte, ich will einen Ausflug machen, du kriegst vollen Tank. Ja, geh zu einer Autovermietung. Bruder, mach nicht diesen, ja? Sei kein Cockblock. Hoffentlich geht dir mal Sonntags Nutella aus, Hunsohn. So, jetzt geh ich mal dahinten, ja? Man muss sich wirklich immer wieder, man muss sich immer wieder vor Auge führen, dass das echt mal einer geschrieben hat. So, okay. In der nächsten Runde geht es um ein richtiges High-Tech-Gerät, ein Samsung Galaxy Tab 4. Preis 65 Euro. Hallo, ist das Tablet noch zu haben? Ja. Also, wie sieht's aus? Großer lachender Smiley? Äh... 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 Bisschen enttäuschter Smiley? Äh... 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 Okay... Okay... Alter, das kann doch echt nicht sein, dass hier keiner mehr den Anstand hat, mal wenigstens mal abzusagen! Lass mich in Ruhe, du geisteskranker! WTF! Haha! Hören Sie auf, mich zu belastigen, Sie garstiger Wichst! Ja... Hier geht es jetzt um, äh... Tatsächlich eine Originalanzeige für zwei Gewichte, für Arme und Beine. Zweimal 2,5 Kilo, Preis, 15 Euro, bei eBay Kleinanzeigen, so reingestellt. Hallo, ist das Sand oder Blei da drin? Hallo, guten Tag, ähm, da ist Sand drin, LG. Schade. Gewicht ist Gewicht? Nein, Sand ist zu leicht, ja. Wir machen, äh... Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir machen, äh... Wir machen eine ganz kurze Pause. Teddy Tecklebran und ich, wir spielen gerade immer noch eBay Kleinanzeigen-Karaoke. Und, äh, jetzt bist du der Verkäufer, okay? So. Also, Teddy Tecklebran und ich spielen Geschäft hier. Und ihr könnt zuschauen. Und, äh, jetzt bist du der Verkäufer und ich will der Kunde sein. So, jetzt, äh, haben wir eine... Ja, das sind echte Dialoge aus eBay Kleinanzeigen, muss man sagen. So, okay. Sag mal. Setz dich halt noch mal an. Jetzt haben wir ein... Jetzt haben wir, jetzt haben wir eine gebrauchte Matratze im Angebot. Wer es mag. Äh, das Ganze natürlich zu verschenken. Guten Abend, Preis. Umsonst nur schnell weg. Ist es kostenlos? Ja. Ist es eine Matratze oder ein Pommes? So. Ah ja, okay. Jetzt ich wieder. So. In dieser, äh, 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 in dieser Runde haben wir eine Playstation 4 inklusive Controller, aber leider defekt. Das heißt, nur für Bastler. Preis 80 Euro. Jetzt soll jetzt reinkommen, ne? Jetzt wäre der Zeitpunkt, aber du, in Geschäften ist auch manchmal tagelang gar nichts los, also wir müssen das realistisch machen. Ähm. Was kostet sie? Äh, die kostet, äh, 80 Euro, habe ich gesagt, aber du willst bestimmt noch wissen, ob die funktioniert, ne? Ja, aber da war kein Text, deswegen habe ich irgendwas gesagt. Also, also ich hatte den Text und der fragt dann, ob die funktioniert. Okay, soll ich das nochmal einfach machen? Nein! Wir machen hier. Wir tun so, als wäre es nicht passiert. Ähm, ne, die ist leider defekt. Äh, und die ist nur für Bastler. Ja, das steht ja auch in der Anzeige. Ah, schade, aber vielen Dank. Hallo. Funktioniert die Playstation? Lieben Gruß. Hallo. Ja, funktioniert. LG. Super. Ich nehme sie. Hallo. Eine Runde noch. Komm, eine noch. Du. Äh, komm, du machst. Du bist hier. Wir tauschen. Ja, wir tauschen nochmal. So. In dieser Runde geht es um die komplette DVD-Box von Breaking Bad. Alle Staffeln in einer Box. Preis? Alle 35. Hallo, sagen wir 20 Euro? Nein, der letzte Preis wäre 30. Äh, sorry. Ja, tut mir leid. Das ist zu teuer für mich. Ähm. Ist er noch zu haben? Ja. Sind Sie denn nun daran interessiert, oder nicht? Nein. Nein. So. Ein großer Applaus für Teddy Tecleban.